Hedda! Land in Sicht! Was hat er in Sicht? 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 Ruhe! Sag mir, was du siehst! Ich sehe eine Insel und sie scheint unbewohnt zu sein. Arrrr, beim Klabautermann, nach drei Monaten des Wartens, endlich Land in Sicht! Leute, Craft Attack kann kommen! Na endlich! Oh yeah! Nice, dann lass uns anfangen, Jungs! Auf geht's! Auf geht's!